In früheren Episoden von FPS Gumblotto. Du musst tun, was ich Ihnen sage. Ich denke, wir können Per Paolo vertrauen. Ich habe einige Informationen für dich aus Korea. Es gibt kein Verschwören. Mein Meister, ich hande Ihre Bestellungen. Wir müssen Fabio zerstören. Liefert diese an unseren Freund. Tut mir leid, Fabio. Es ist am besten, wenn du nicht weisst. Riechst mir heute Abend. Ich könnte etwas für dich haben. Jetzt muss Fabio vorbereiten, um nach Köln zu gehen. Und schließlich, die Verstörung wird am Ende. Aber Fabio wird nicht allein und wird einen nachtigen neuen Verbündeten haben. Ich will Luca und ich will in der Mission Fabio helfen. So, dies alles in FPS Gumblotto. Intrigen in Köln. So, Herr Pommesano denkt, ich finden könnte. Ha 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 ha. Er weiß nicht, was ihn er verhaftet. Oh, ich spreche gleich. Urgleich auch hier. Untertitelung.